dabei sind wir fast mit dem dach fertig wenn wir erstmal mit dem lager aus fertig sind kommen die ganzen tun und wenn die truhen auch fertig sind baue ich mal mein keller im mainhaus weiter aus ich weiß auch schon was ich alles mache also ein armboss zum beispiel oder so ich glaube auch im anbrust kann man die werkzeuge und alles reparieren oder oh gott die haben rüstungen an jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren so hier im brustwanze so okay Das Schwert haben wir auch wieder So, es fehlen aber ein paar Sachen noch Ich kill mal die Eins nach dem Anderen Da unten liegt nichts mehr, ne? Okay So, ah, okay Wir haben fast alles, nur Melonen fehlen noch Holz fehlt auch noch, wo ist das ganze Holz? Vielleicht liegt das irgendwo drin? Oder hier irgendwo? Äh Ja, ich schau mal vielleicht drin Ja, drin Stirb Boah, der hält ja eine Menge aus Wir haben es gleich geschafft Wir haben fast alle Skelette erledigt Und gleich ist es geschafft Gleich können wir weiter bauen Und dann würde ich das noch mal Wir haben jetzt wieder Und dann geht das Wir haben jetzt alles Und dann kann ich das Wir haben jetzt noch mal Wir haben jetzt noch mal Wir haben schon mal so jetzt müsste ich ihn kriegen auch wenn wir noch kein helm haben oder schuhe in dem fall ja ein schlag hat noch gefehlt so haben wir alles hier eingesammelt holz ist da schaufel und wir haben einen bogen bekommen fackeln ist auch da erde holz ich glaube wir haben alles schuhe gut das war vielleicht eine nacht ich glaube wegen den rüstungen sind die nicht verbrannt ja jetzt wird es wieder ein spaß hier hoch zu klettern so gut dann sind wir hier fertig das muss ich hier sind auch fertig dann auch hier jetzt ein bisschen am konzentrieren so gut dann kommt das hier auch alles weg so dann damit bin ich noch nicht zufrieden obwohl wenn ich jetzt ne treppe kann ich da nicht hinbauen aber das muss sowieso eins runter hier runtergehen nicht nur eins ich sammle mal kurz das ganze erde auf die obwohl ne kann ich immer noch später machen nicht nur eins ich werde jane 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 so jetzt muss ich ein bisschen überlegen also hier muss ich noch eins runter ja dann so wo sind meine treppen wo sieht das okay aus wenn ich jetzt doch ich muss ja eins runter gehen sonst sieht scheiße aus dann muss das hier eigentlich weg wieder hier kommt dann eben werde dann kommt das eigentlich auch weg so dann kommt hier wieder erde hin so muss ich noch eins runter gehen sehe ich gerade hier nicht ja ich glaube ja ich muss noch eins runter gehen obwohl geht gar nicht mehr ich schaue mal wie es von außen aussieht so habe ich alles eingesammelt ist hier drin noch was so wie sieht das denn jetzt aus so das wird jetzt ein bisschen ruckelig weil wir uns im wasser befinden und die wasseranimation ist ein bisschen zu viel ich sollte vielleicht noch eins runter gehen und die ein bisschen raus wollen wir diese feine arbeiten von der anderen seite also nicht von von hier ich habe es gleich so von hier ja ich muss ja ich muss noch zwei runter gehen näher noch eins runter gehen hier und dann sind wir mit dem dach fertig so am besten mache ich das von außen sind da um phantome ne ne so So. Boah, bloß nicht runterfallen. Gut. Und dann hier noch. Das ist ein Zombie. Gut, das ging relativ schnell. Gut. So, dann noch hier. Das mache ich am besten auch von außen, ne? Hä, was war das? Ah ne, die machen gerade meine Tür kaputt. Okay. Boah, wie will Zombies hier herkommen? So. 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 Nein, was mache ich da? Und noch mehr Zombies. So. Nach dieser Zombie-Invasion Oh, drei Stunden später. So, da liegt noch ein bisschen Erde. War das gerade ein Creeper? Oh ja. Na super. Zum Glück war es in der Höhle hier. Das sieht man ja nicht so direkt. So. Ja, dann. Äh, von hier wollte ich weiterbauen. Gleich sind wir fertig. Ähm. So, das ist die richtige Höhe. Ich hasse mein Leben. Wir sterben fast jede Nacht. Einerseits wegen Skelette, andererseits wegen meiner Dummheit. So, haben wir alles. Ich muss echt vorsichtiger sein. So, Holz ist da. Ähm. Wo sind die Treppen? Wir hatten Treppen übrig, ne, oder? Oh, oh, da ist ein Creeper. Das ist mir nur zu nah am Land. Das ist mir nur zu nah am Land. Hm. Okay. Das ist mir nur zu nah am Land. Wo sind meine Treppen? Ich glaube wir hatten Treppen übrig eigentlich. Ja, hier sind noch ein paar Sachen. Ok, da unten ist nichts mehr. Äh, wo sind meine Treppen? Also wir sind hier gestorben. Da müsste es doch hier irgendwo sein. Ah, da liegen die ja. So in der Ecke versteckt. Äh, so.